gute und willkommen zurück zu einer weiteren folge expeditionsarmutrunner game tja leute wie soll es zu sagen ich habe hier kein sprit mehr hier bin ich nicht über die brücke gekommen der plan ist dann später hier links über die steine zu fahren wenn ich getankt habe ich hoffe das funktioniert was dafür hat weil die strömung doch obwohl seine große lkw und versucht dann hier drüben durchzuschleppen aber erst müssen wir uns andere auto holen und der da ist ja nichts schneider zeit dabei wie ich mit dem auto herfahre um zu tanken aber ich werde dann noch ein bisschen mehr noch etwas mehr machen also das heißt für länger spielen also keine panik aber es muss mal gucken wie viel fahre wie fahre ich hier am blödsten da bin ich aha ich hier so lang gefahren wie hoch von hier irgendwie runde und wir fahren hier hoch hier geht es auch nicht ich bin schon mit dem der helfe ich denke ich habe ein ganz schön langer weg deswegen was das müssen abschleppen mit dem auto das nicht umfallen ich habe hier keine eine sache drin so muss hier planen leute es bleibt uns nichts anderes übrig als zu planen hier muss schon mal gucken ja ja schieb dich dran vorbei gut da fahren wir mal das auto tanke die lkw das auto sage ich und ich habe keine wind und kein gar nichts und kann man schlecht schlecht vorbereitet mal rad rein dann geht es doch besser oder kommt hier hochfahren wenn ich überhaupt über die brücke kommen erst mal hoppla hat es schlamm kommen ziemlich raus bäumlein eine kleine eumel auch pilzer lecker und steinpilze oder naja da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus im pilz sammeln ein unterschlag ok muss ich mal ein bisschen die gegend anschauen so da hinten habe ich es angezeichnet hier ist mein punkt da oben und schon unterwegs aber ich will ja auch unbedingt diesen lkw bandbremsen motor aus und jetzt ohne da ist doch schon da sind wir daheim da sind diese brücken und hier hochfahren durch die bäume durch aber mit dem großen lkw weiß ich nicht soll ich das wagen wenn ich mit großem durchkommt komisch aber so viel wald ich habe mir gedacht schlacht war hier und mein auto von den lkw hängt denn da drüben dann an hat so zieht er noch ein bisschen weiter vor hängt den anderen fahrer hier durch an der brücke vorbei weil keine ahnung an dass der weiß nicht wie es machen soll ich krieg dann hier nicht drüber nach scheiß drücke dass wir diesmal ich komme nicht mit dem arsch rum da dauernd drüber 10 über 10 und 8 ich könnte auch hier entlangfahren man muss nicht so durch den wald fahren oder sind kajaks abenteuer hier ist ein aufstieg aber nicht mit einem lkw oh mein gott doch wenn dann müsste ich da hoch meine güte eine fuhrte traum zeigt mir die fluten die fuhrten ich könnte davor fahren und hier hochfahren das sieht eigentlich die fuhrte doch also die fuhrte hochfahren hört schon wieder blöd an die fuhrte fragen wir mal mit dem auto runter anbremsen naja das wird scheiße sind schon wieder äste ich sag's ja entgegne beste und passt dann durch dann musst du hier korrigieren es wird anstrengend das ist auch glaube ich nicht so gewollt durch den wald zu fahren an der baum die kamera dreht voll durch oder siehst du fast nichts und lauter wald kann ein baum ich glaube es wird ist nichts mit dem großen teil hinten dran wenn schon ob sie rüber kommen dann leute schreibt es meine kommentare wie fahrt ihr fahrt ihr quer durch den wald oder oder fahrt ihr außen rum obwohl und wenn du mal tages licht mach hier mal rum das ist ein bisschen sicherer ich bin schön draußen ich bin schön draußen der rutscht wieder weg jetzt so wünschen haben wir ich finde schon wieder so weit rüber mit solchen autos geht es ja mit so einem cheap damit den großen lkws handel ich habe nichts mehr wenn ich um kippe ich habe gar nichts mehr wenn ich um kippe natürlich ich bin gut ich habe nichts mehr nicht mehr du ich möchte noch ein kleines stückchen zurück nicht so weit dann wechsel ich mal das auto keine scheiße bauen jetzt warum haben diese baum fahr doch da weg eben bis drüber nicht wer um mann er gibt nur um ich hab den jetzt so ab dann Untertitelung des ZDF, 2020 wo ist der punkt mit mein punkt oh ja wird das was jetzt muss was werden jetzt tina raus Leute Leute Wo ist denn der Punkt? Ich gucke nicht nach hinten, was passiert da? Oh doch, ich muss mal gucken Oh mein Gott Meine Nerven, ne? So Er zieht mich raus hier Nein So, so, so Hmm Ah, was hab ich jetzt gemacht? Mach mal so Das stimmt mich leider weg, ne? Will der mir runterfallen? Wenn wir da stehen, hier mein Freund So 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 Woa, 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 woa Meine Güte, hey Schaff ich das überhaupt nicht mehr Auto wechseln Hey, hey hey Mal gucken, was wir mit dem Auto schon machen können Guck ich mir mal Guck ich mir mal Nee, nee Das stimmt so nix Wie muss ich denn vorne wieder mit dem Lkw rausziehen? So So Mit dem Allrad Oh So 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 an der handbremse und was ich wieder ein sprit verballert wo können schon schön finden erfährt hier nicht hoch ich habe voll auf einschlag das klaut ist was ich wollte man immer muss doch irgendwas anderes sein ob steht den tutsch mitnehmen soll man noch nicht den tutsch den anderen da den höheren lkw der ein bisschen kleiner ist keine ahnung wie der jetzt gerade heißt alle kommen aufziehen doch jetzt und das fisch na ja ja so kennt man das ich so will er da hinten hin meine güte die steuerung die kriegt büscher auf gut geht nichts mehr muss mit dem mal wieder hierhin ich brauche werkzeug auch mal nicht genügend herzteile klar muss man da runter und dahinter dann ob der weg besser ist ein dahinten ist es hier hier durch oh mein gott warum ist nerven wie trat ich würde hier drüber fahren oh mein gott nach dem baum rechts rücker ja so wollen wir mal einen anderen weg und schönen kampf auch kämpfer die man hier bivak kann man das hier so nennen die zelten hier aber das ist ein bivak das ist ein treffer da fahren wir die treppe runter so ist der abstieg jetzt ganz schön runter in so einer multe und hier fahren wir jetzt runter ich hoffe das überlebe ich noch im sie auch nein da habe ich jetzt aber genügend deutsch glück ich habe keinen wagen werde bei nix ich kann mich nicht mehr hochheben also aufheben das sind die kajak fahre schwieriges gelände wo sind wir denn alle könnten wir helfen das auto rausziehen ein lkw rauszubekommen die lkw ist da gesicht 7 uhr ich habe mich zweimal verdrückt auf 10 uhr was mit was ist mir verbunden und wieso ist der fans bestimmten sehen ach warum ich muss sie doch anheben können also um umwerfen können umschubsen irgendwas muss jetzt passieren ist das cool um mehr power um mehr 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 Ich komm hier nicht hoch, bin ich. Ich mach jetzt was ganz Übles. Naja, das wird nix, zu langsam. Versuch ich mal beim Führer, ist ein Haus, beim Führerhaus. Ui, ui, ui. Komm, komm, komm. Je, was muss doch passieren. Ui, ui, ui. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, das kann doch nicht sein, oder? Ich möchte jetzt hier einstellen. Ungefähr hier. Wird so rumziehen. Oh, Mann. Ich will ihn überschlagen lassen. Das wird ja nix, ne? Ja. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh, Mist. Handel, wie bin ich jetzt, wie rum? Äh, LKW ist jetzt, ähm. So. Dann schaue ich schon mal, was ich machen kann mit dem Kollege. Ich muss dann ja irgendwie über den Fluss kriegen, den anderen Kollegen da, das kann nicht sein, dass ich da solche Probleme habe. Die sind zwei Sprüken, wenn die so klein sind, ne? Wieso müssen die so klein sein? Zu schmal? Oh, das ist so eng. Wie soll ich das mit dem anderen da hinkriegen? Wie soll ich das mit dem anderen da hinkriegen? Wie soll ich das mit dem anderen da hinkriegen? So. Was ist das mit dem anderen da hinkriegen? Wie soll ich das mit dem anderen da hinkriegen? wenn ich gerade kann ich noch irgendwie anders da fahren ich muss hier drüber muss hier einmal komisch drehen es gibt so gar nicht leute es wird anstrengend ich sag's euch ich sag's euch wie es ist das ist einfach anstrengend versuchen noch mal zu drehen es gibt eine längere folge als sonst es gibt noch mal eine weitere folge natürlich ich mache das so lange bis ich den drüben ich den lkw ins ziel gefahren habe davon könnt ihr mal ausgehen also schaut immer mal rein abonniert mein kanal ich will ja noch viel mehr andere videos auch machen ich will noch resident evil 4 spielen ich will noch andere resident evil teile spielen was will ich noch alles machen ich will nach alles spielen was kommt ich will spiel hat nur spiele wo mir hat auch gefallen dann nicht so manchmal was älteres spiele die schon mal gespielt habe einfach mal so ein mischmasch außer allem ich will ich will ich will Hä? Hier. So, ich kann jetzt hier umsteigen, genau. Was? Mann, was soll das? Warum kippt der schon wieder so um? Hey, Mann. Und dann auch diese Verdrückerei da. Und da nix mehr, okay. Hey, hey, hey. Du musst echt mit allen Tricks arbeiten, ne? Dann schön umsteigen. Okay. 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 Das ist so gar nicht. Was? Was ist denn los? I don't know. Wo fahr ich denn da hin? Oh, jetzt. Oh, nein. und mit dem eimler jetzt können wir sein oder und das kann sein aber ich kann nicht mehr fahren so umsteigern alle ruhe nun ist wer ist da rein jawohl so wird rausgezogen werden genauso die rennungsaktion ist schon eine ganze folge eigentlich war nein so oh man es gibt so nicht jetzt haben wir schon wieder an die leine jetzt fahren wir schon mit es kann doch nicht wahr sein so leute hier mal schon mal hat man wie es weitergeht der nächsten folge teilen leiden ab und nicht vergessen und